Du bist ja bei The Voice of Germany dabei gewesen, Zweiter geworden hinter Herrn Külmert. Wie ist es dir mittlerweile? Ja, mir geht es super. Ich mache immer noch fleißig Musik und es geht weiter. Herr Külmert hat ja mittlerweile aus seiner Biografie The Voice komplett rausgenommen. Also der scheint ein bisschen angepisst zu sein. Wie siehst du die Zeit jetzt rückblickend? Es war eine unfassbare Lebenserfahrung für mich. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt und konnte mich als Musiker auch weiterentwickeln. Von daher hat es mir sehr, sehr viel gebracht. Und jetzt ganz aktuell bist du gerade bei einem Soundtrack dabei. Coming In heißt der Film, der seit Mitte, Ende Oktober in den Kinos läuft. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich hatte die Gelegenheit, die große Ehre mit Peter Plate und ihn kennenzulernen. Und da hat er mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für den Film diese Filmmusik zu machen. Und kam dann ins Studio und haben wir Demotapes aufgenommen. Dann hat er gesagt, ja, es ist wirklich gut und jetzt könntest du dir das vorstellen. Ich habe gesagt, ja, na klar, sehr, sehr gerne. Und es ist für mich eine große Ehre. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Peter Plate dürften die meisten natürlich von Rosenstolz kennen. Warst du auch früher Rosenstolz-Hörer oder war es eher nicht so dein Ding? Ich kannte Rosenstolz natürlich. Ich habe das jetzt nicht fleißig jeden Tag gehört. Aber ja, ich kannte Rosenstolz und fand einige Songs natürlich auch sehr, sehr gut. Aber wie ist es dann dazu gekommen? Also hat dich Peter angerufen oder wer hat dann so dazwischen gefunkt? Wer war so der Vermittelnde? Ja, also von The Voice gab es noch Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, auch nach der Zeit. Und die haben mich dann angerufen und gefragt, ja, könntest du dir denn vorstellen, Filmmusik zu machen? Dann habe ich gesagt, ja, klar, sehr gerne und bin dann nach Berlin eingeladen worden, weil ich war gerade im Praktikum in Stuttgart. Weil ich bin ja eigentlich Berliner, aber ich war in Stuttgart und bin dann nach Berlin gekommen. Und ich wusste gar nicht, was mich da erwartet. Und dann komme ich in dieses Studio und dann steht da sein Manager, Roberto, und sagt dann, ja, Peter kommt gleich, der ist noch nicht da. Und ich so, Peter, aber ich wusste gar nicht wirklich. Ich wusste überhaupt nicht, wer jetzt da kommt. Und dann kommt Peter Plate halt rein und den kannte man natürlich. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist jetzt hier los? Und dann ging das Kammelstein ins Rollen. Ja, und wie viele Songs habt ihr dann schlussendlich für den Soundtrack von Coming In aufgenommen? Es waren fünf. Unter anderem Anything Goes, Dancing with Sharks und Something Beautiful. Welchen sollen wir jetzt anspielen? Dancing with Sharks, weil ich die einfach als Live-Nummer und es geht halt so ab, die Nummer. Das macht immer wieder Spaß, die zu spielen auch. Also gucken wir mal, kleiner Ausschnitt hier von Dancing with Sharks. Ja, ich finde ja übrigens, der Song hat auch so ein bisschen was Mando Diao mit. Oder liegt es jetzt einfach nur an dem Titel, so Dancing und I want to dance with somebody, dance with somebody? Ja, es kann sein natürlich, dass man da ein bisschen darauf kommt, dass es im Mando Diao irgendwie ein bisschen ähnlich ist. Aber es ist natürlich eine Dance-Sommer. Es geht unglaublich ab und da stellt man sich dann immer Cabrio vor und einfach raus. Und dann im Cabrio irgendwie im Sommer halt einfach am Steuer dann und gute Laune. Also das sind ja immer diese, ja, die Gefühle, die dabei hochkommen von daher. Something Beautiful and Anything Goes sind ja klassische Balladen. Aber was liegt dir jetzt näher oder fühlst du dich so in beiden Gefilden, also in dieser rockigeren Schiene auch heimisch? Ja, also ich finde, zwischendurch mal eine Abtempo-Nummer zu haben, ist ganz gut, auch um locker zu werden und auch einfach zusammen dann Spaß zu haben. Auch live natürlich macht das immer viel Spaß. Aber ich fühle mich bei Balladen sehr, sehr wohl, weil man natürlich viel mehr Gefühle und Emotionen auch präsentieren kann. Und das ist das, was mir natürlich auch sehr, sehr viel Spaß macht. Von daher fühle ich mich bei Balladen natürlich sehr, sehr wohl. Wie lange habt ihr jetzt insgesamt an den fünf Songs gearbeitet? Wie war so die Arbeitsatmosphäre? Erzähl mal ein bisschen. Ja, es ging alles sehr, sehr fix. Also wir mussten extrem, also wir standen unter extremem Zeitdruck, weil ich natürlich ja in dem Praktikum war unter der Woche in Stuttgart, dann am Wochenende immer in Berlin und haben dann die zwei Tage so gut es geht halt genutzt. Und ja, es war wirklich, ja, es ging sehr, sehr fix. Und ja, diese fünf Tracks, die wir da aufgenommen haben, waren sehr, sehr schnell, die wir natürlich dann da einspielen mussten. Und wir hatten echt wenig Zeit. Von daher war Peter dann auch so, ja, okay, also wenn wir das jetzt machen, dann muss das auch so ganz schön schnell gehen jetzt. Und ich wusste, okay, ja, das ist ein Musikgeschäft manchmal so, dass alles schnell gehen muss. Und dann, ja, haben wir uns daran gehalten. Fühlst du sich in solchen Momenten, wo halt so ein Zeitdruck da ist, irgendwie so dann auch ein bisschen unter Druck gesetzt? Und gibt es dann extra Power oder kickt dann das Adrenalin so raus, dass du dann automatisch auch irgendwie volle Power singen kannst? Ja, ich habe schon versucht, mich auf meine Gefühle und meine Emotionen, die ich ja dann in den Balladen vor allen Dingen auch verpacken wollte, mich darauf zu konzentrieren. Ich wusste natürlich aber auch im Hinterkopf, okay, wir haben jetzt nicht ewig Zeit. Ich kann jetzt nicht irgendwie 40 Takes aufnehmen, bevor wir dann irgendwie erstmal da aussortieren. Von daher war der Zeitdruck schon spürbar. Aber ich habe trotzdem, wie so gut es geht, auf die Musik konzentriert. Das Besondere ist ja, also meistens ist es ja so bei Soundtrackmusik, dass dann halt der Song im eigentlichen Film halt, was weiß ich mal, so 20, 30 Sekunden als Klangteppich drunter liegt. Und jetzt bei Coming In ist es ja wohl so, dass die Songs halt wirklich teilweise in kompletter Länge zu hören sind. Das ist was ganz Besonderes, kann man sagen. Ja, die Songs waren unglaublich präsent, auch als ich das erste Mal den Film gesehen habe. Es war in so einer Preview, da haben wir es gesehen. Und ich war auch erstaunt, wie gut die Songs auch eingebettet sind in die Handlung. Aber auch wie präsent und wie lange die verschiedenen Songs auch präsentiert werden. Und auch ohne, dass eine Stimme darüber gelegt ist von Protagonisten oder von den Schauspielern, sondern wirklich einfach nur die Musik. Und es war eine große Ehre, das zu sehen auch, dass die Musik so viel Raum bekommt. Kurz zum Handlungsabriss. Worum geht es in dem Film? Weil ich habe ihn noch nicht gesehen. In dem Film geht es um einen schwulen Friseur aus Berlin, einen Starfriseur, der... Udo Walz. Udo, liebe Grüße. Ja, so ein bisschen. Das ist darauf so ein bisschen vielleicht angelehnt. Aber darum geht es halt dann um einen schwulen Friseur, einen Starfriseur, der eine neue Kollektion rausbringt, einen Herrenduft besser gesagt, den er rausbringen möchte und jetzt auch eine Kollektion für Frauen theoretisch auch rausbringen möchte. Und dazu geht er dann nach Kreuzberg und in den Friseurladen zu einer Friseuse, die da im Kreuzberger Kiez dann da tätig ist und lernt die kennen. Und sie verlieben sich ineinander. Und ja, ganz interessante Geschichte. Also bestimmt sehr lustig angelegt, oder? Es ist sehr humoristisch angelegt und es gab auch einige Szenen, wo ich wirklich auch im Kino dann bei der Premiere, wo ich den Film ja schon gesehen hatte davor, auch nochmal echt gelacht habe. Und du hattest schon erwähnt, du arbeitest an einem eigenen Album, dann auch mit eigenen Songs. Ja, genau. Also ich arbeite jetzt mit Peter Platte ja zusammen. Er hat mich danach dann gefragt, nach dem Song im Jack, ob ich mir vorstellen könnte, weiter mit ihm arbeiten zu können. Und ich habe gesagt, sehr, sehr gerne. Das ist eine große Ehre für mich und so geht es jetzt weiter. Und ja, wir arbeiten jetzt zusammen, eher natürlich aus der extremen Pop-Richtung und ich natürlich mit meinem bisschen Country angehauchten Style versuchen, jetzt das irgendwie zu verbinden und mal gucken, was daraus wird. Ich bin gespannt. Und dann mal sehen, wie das Album wird. Wie lange müssen die Fans noch warten? Also geplant ist Herbst 2015 dann, dass wir das Album da dann releasen werden und dann natürlich auch eine angeschlossene Tour. Bis dahin studierst du auch noch parallel oder was heißt Kommunikationswissen? Ja, genau. Ich studiere Kommunikationsmanagement, mache jetzt nächstes Jahr meinen Bachelor. Und ja, dann mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich bin gespannt. Also wenn Yaka du dann noch ist und du dann dein Studium fertig hast, kann ich dich ja vielleicht dann als Kommunikationsmanager einstellen. Aber da muss es, glaube ich, sehr, 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 sehr gut laufen, denke ich mal. Ansonsten, Pop-Out steht hinter dir. Also das wird alles komplett übernommen. Wie stimmt da die Chemie? Ja, bis jetzt gut. Wir haben einfach gut zusammengearbeitet bei dem Soundtrack und es hat sich einfach gezeigt, dass wir vor allen Dingen Peter und ich sehr, sehr gut zusammenarbeiten und auch im Studio unter Zeitdruck haben wir auch gezeigt, dass es einfach klappt und wir haben uns wohl gefühlt. Und das stimmt die Chemie. Von daher habe ich auch gesagt, ja klar, sehr, sehr gerne können wir weiter zusammenarbeiten. Und ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Und ja, wir sind mal gucken, was da so passiert. Das heißt, ihr trefft euch dann, was weiß ich, von 9 to 5? Oder gibt es dann halt auch wirklich so Sessions, die dann bis morgens um 5 gehen? Ja, also 9 to 5 auf keinen Fall. Das ist meistens erst geht es um 11 los. Aber es geht dann, also 9 to 5, das gibt es sowieso in der Musik nicht. Es gibt manchmal Situationen, wo man dann halt einfach, es fällt einem was ein, eine Zeile oder auch mal irgendwie eine Melodie und dann sagt man, okay, wie sieht es aus, wollen wir uns nicht treffen? Und dann wird es ein bisschen eingespielt und dann entwickelt sich was. Also das ist in der Musik 9 to 5 sowieso dieses Gesetzte. Das geht auch, glaube ich, gar nicht. Also bei mir jedenfalls nicht. Ich glaube, ich habe durchaus schon Gäste hier gehabt, die halt wirklich irgendwie einen strikten Plan hatten, weil sich andere Termine noch anstanden. Und am 9. Dezember geht es wieder live auf die Bühne ins BINU. Freust du dich schon drauf? Genau, ja, unfassbar. Wir haben ja schon mal da gespielt, neulich jetzt für den Record Release. Also das Album, Soundtrack Album hier präsentiert, auch mit meiner Co-Sängerin Maxine. Es war ein sehr, sehr schöner Abend. Wir hatten wirklich viel, viel Spaß. Die Atmosphäre war enorm, war riesig. Und deswegen freue ich mich jetzt wirklich auf den 9. auch wieder da zu stehen und mit den Leuten feiern zu können. Maxine wird auch wieder dabei sein? Das diesmal nicht. Das wird wirklich ein Konzert, nur von mir diesmal. Ja, das ist schon mal ein Konzert, weil auch mal wieder, muss auch mal wieder sein. Gut, dann würde ich sagen, können wir gleich schon mal hier ein bisschen proben. So ein bisschen Live-Musik hier aus dem Jagaloo-Studio. Und für die Fans von dir gibt es natürlich auch noch ein kleines Jagaloo-A-B-Set. Das findet ihr natürlich immer online. Ich sage lieben Dank erstmal, dass du da warst und alles Gute. Danke schön. Und toi, 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 dass wir dann im nächsten Herbst dich hier mit deinem Album bei Jagaloo begrüßen können. Toi, toi, toi. Dankeschön. Dankeschön.